Ich heiße Christio. Ich bekam eine zweite Chance. Vor 13 Jahren. Zandra! Unter Lebensgefahr. Schluss mit dem Schwachsinn! Komm. Gelang es ihm nicht, sie zu retten. Heute aber will er vergessen. Mönch zu sein ist keine einfache Aufgabe. Haben Sie die Kraft dazu? Ich habe gesündigt. Das ist lange Zeit her, Christian. Ihre Vision, mein Sohn, sind nichts als Albträume. Nicht dieses Mal. Meine Vergangenheit holt mich ein. Da muss ich doch annehmen, dass darin irgendwelche Instruktionen oder ein Fluchtplan enthalten waren. Warum hat er mit unserer Befreiung bloß 13 Jahre gewartet? Wer? Wer hatte Interesse daran, dass wir uns alle hier versammeln? Und wer hat 13 Jahre darauf gewartet? Sie sind da! Manche Wunden, uns wieder zusammenzubringen, schließen sich nie. Ich will nicht sterben! Niemals. Die Hölle ist hier. Requiem Requiem Die Hölle ist hier. Drei und ich überrasst, sie ist hier. Musik Untertitelung des ZDF, 2020